Hallo! Heute ist wieder Time-Drecki-Zeit und es geht ins Jahr 2009. Und ratet mal, wo es hingeht. Richtig, nach Spanien. Zu Ostern freuen sich die Jungs auf Oma und Opa. Das Motto des Urlaubs war übrigens das dreckige Objektiv. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Anschauen. Wir sind Melanie und Uwe und am liebsten auf Reisen. Aber da wir momentan unseren Van ausbauen und nicht auf Reisen sind, zeigen wir vorerst Ausflüge, Zeitreisen und Wanderungen aus der schönen Natur. Jetzt geht's los! Juhu! Ferien! Nach der Ankunft wird erstmal mit Luna geschmust. Doch dann kam schon die erste Wanderung auf dem Hausberg. Immer neue Wege suchen. Musik 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 Teilweise mit Klettervergnügen, das wurde in diesem Urlaub ein paar Mal ausgenutzt. Musik Yay, wir haben es geschafft! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Die Wanderung um den Berg drumherum durfte auch nicht fehlen. Da geht es immer an vielen Zitronen- und Orangenplantagen vorbei. Wir machen einen Ausflug zum Ort Aguilas und besichtigen das Castillo San Juan. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.